so das erste halloween event wie es aussieht oktober 2019 wo das alles noch neu und unbekannt war wie aufregend diese ganze sache war mega watson als pikachu ist das geil oh man ich habe mich tatsächlich schweinemäßig kater schrocken halten oh mein gott stop kennt jemand den teaser trailer zu stephen kings s die neuverfilmung das war derselbe sound ich gehe krachen das ist meine absolute lieblingsfigur pennywise ich gehe krachen so krank versucht mit dem lolli oh mein gott jetzt mal scheiße wie geil ist das denn einfach nur gemacht first we finish the candy then we finish was alles klar alles voller säune die konnten ja nicht angreifen da kommen die nicht mehr raus das ist stark oh mein gott wie geil ist das denn leute man merkt halt dass da wirklich ein respawn mitarbeiter im hintergrund daran arbeitet und nicht einfach irgendjemand das ist einfach göttlich ich bin so gespannt was ihr zu sagen habt leute bis zur nächsten folge es ist einfach viel zu amüsant ciao